Meine Lieben, es gibt eine Hähnchenbrust mit Pottweinsoße und Kichererbsen. Zwiebel in feine Würfelchen geschnitten. Rote Paprika, feine Würfel. Hähnchenbrustfilet in so dünne Streifen schneiden. Inlauf, Hänsen, Tomatensalz. Gibt ein bisschen was auf den Teller. Und jetzt, wenn die Hähnchenbrustfilets darin palliert. Und das wandert in die Pfanne. Nicht so heiß, mittlere Temperatur. Eine Minute in etwa anbraten. Das Fleisch kommt wieder raus. Und in die Pfanne kommen Zwiebel und die Paprika-Würfel. Roten Pottwein, der macht das Gericht zum Spitzengericht. Ein guter Balsamico-Essig. Ein Schluck Sahne. Das dauert jetzt vielleicht so drei, vier Minuten. Hier noch Kichererbsen. Die kommen hier noch mit rein. Das Hähnchenbrustfilet kommt jetzt hier rein. Und wird in der Soße nochmal ein bisschen warm gezogen. Schaut euch das mal an. Blitzrezepte à la Hänse. Ihr müsst es nachkochen. So schnell, so saumäßig lecker und gesund. Guten Appetit.